Wie mache ich die wieder lebendig, die ich getrönt habe? Verlädt man, seine Seele ist weg! Alter! Bei mir leuchtet schon alles gelb hier! Boah! Also bei mir leuchtet schon alles gelb, der ganze Blutschirm hier ist irgendwie total merkwürdig! Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Isaac, rede ich mit mir! Das Typ bastelt ja voll auf sich. Gerichtetes Eektionsfeld Ein gerichtetes Erektionsfeld Ja,ja,ja. Das war fast Erektion Das war Ejektion das ist dasselbe das ist ja irgendwie dreht man ja gerade volles Meer pfuh das war alles gerade gelb und irgendwie hat so gepuppert wie ein Herz Egele Na, der Marker hatte ich voll im Besitz, Junge aber voller Latte Na, ich hab irgendwie... Ah, was ist, habt ihr jetzt wieder so ne Halluzinationen, Chris? Hm, kann man gleich sehen Warte, nächste Audio... Wow, 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 okay, kein Audio nachricht Oh, er ist nicht Oh, er ist voll Oh, er ist voll Wir müssen das Inventar Warte im Audio nachricht Okay Okay Was ist denn? Scheiße, Tamara, du Du solltest doch heute mit Dylan unterwegs sein Was machst du denn da? Nichts Ich denke nur nach Mehr nicht Tamara, es war Es war nichts, okay? Es war nichts, alles ist gut Alles ist gut, okay? Hey Shhh Komm hier Alles ist gut Alles ist gut Alles gut Schoss, Alter Ziemlich hart, oder? Hm Bedrückende Stimmung gerade, hm, naja Hm, das... Scheiße Anscheinend erfahren wir jetzt den Rest der Geschichte, warum der noch so abdreht Weil der hat ja auch schon mehrmals den Namen Dylan erwähnt, ne? Und Dylan ist anscheinend der... der Sohn Nicht, das ist richtig Ich höre Schlimmes Hörst du das auch? Äh Gas Du hörst den aber auch, ne? Nicht, dass ich jetzt auch noch verrückt werde Oder... Oh nein Kein Kommentar, guck einfach nach unten Oh nooo Püffel Püffel Toll, die machen dem gar nichts Püffel Ja, weil in dem Nebel sterben wir doch, oder war das nicht so? Probieren wir's einfach aus Nö, nö Jo, doch, Luft Wir brauchen ja unten Luft, ansonsten wir sterben Hast du eigentlich deine Luft irgendwann mal aufgebessert? Okay, ist hier? Ja Ich bin hier bei 417, ja Oder bei 420, oder was das war Dann hab ich Alles gut am Waffen Ich kann auch vorzeitig hoch, oder sowas Dann gehen wir mich beide gleichzeitig hoch, irgendwie sowas Alter, ich hör hier richtig fies was Ich schätze mal einer dafür Was ist das denn? Ach, da ist hier drüben der Was ist das denn? Geh runter Hm Du sollst den ausstecken Nein, hier ist klar, oder? Das kann man nicht retten Das kann man nicht retten Das kann man nicht retten So, haben wir nicht retten Fatsch Ich sehe alles große ist schon tot Da kommt doch die Lebe und Wagen schon Ja, da wird ein Golion, ne? Nur, dass er nicht der richtige David war Nur, dass er nicht der richtige David war Nur, dass er nicht der richtige David war Genau, was anderes bleibt nicht übrig Na, Zielfunktion in der Brücke, klar, dass wir runter mussten Na, Zielfunktion in der Brücke, klar, dass wir runter mussten 2211 2211, 2211, your do is, your do is, you'll wait Oh, guck mal Oh, tscho Uhhh Ah, labelling Ding ich würde euch noch ein paar Talkshank haben, ey Nein, hier! Nein, Ersatzteilbox, ja toll! Inventar voll! Inventar voll! Hör die nachnehmen, ey! Oh, ist die Inventar erstmal da? Ja, bin ich auch voll für! Das benutzen geht nicht! Entfernen! Das! Entfernen! Das! Entfernen! Ups! Jetzt erstmal... Ach, die hast du schon aufgenommen? Klammeln wir auch! Klammeln wir auch! Klammeln wir auch! Was hier Ersatzteilbox oben in der Ecke schon aufgenommen wird, ja, ne? Juh! Altbetal würde ich sagen... Die Minipacks eigentlich eher nicht mehr... Wir haben ja immer in die Bank, dann kann ich die ganze Minipacks wieder aufnehmen, denk ich mal! Ah, da... Hier war ne Bank... Ja, hier war ne Bank... So! Dann erstmal das... Netzteilbox... Nachladen... Oh! Na, Plan! Flammenderfer! Entwicklung! Oh, Römer Jochen Herr! Oh Roman! Oh... Oh doch jeder Scheißegal Ob wir auch nichts mehr aufbessern und wirkt hier herstellen Na 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 doch eine Torx-Stange wieder Safe TE 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 Wir müssen ein bisschen Munition auf dem Safe tun Das geht ja wie mitgehabt Ach, ich mach das alles kleben Ein Superbot ist selber Ja, aber mehr auch gerade So Noch mal raus, noch mal an die Bank Superbot Was hat der denn mitgebracht? Oh, die Döminger Wolfram, wunderbar So, Bank kann man auch Das klein machen, das klein machen, wunderbar Zwei 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 Wird Zwei 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 Munition so uns vor nicht alles ist mit einem Punkt Sprechstofflager hier wunderbar wir dürfen ein Sprechstofflager und was ist hinter dieser Tür und Katzsteiner schon ja überhaupt noch gefragt was hinter dieser Tür ist ach so die Alter hab ich ja gar nicht gehört Alter hier ist eine riesengroße Sprechstofflager und überall von diesen Kunden du solltest echt mal einen Screenshot machen sehr voll viel geht halt nicht hab schon Drucktaste gedrückt wenn du nachher einen Screenshot hast dann schickst du mir die ach so was macht man am Schalter so jetzt geht es hier wieder rund das hat man beim letzten Mal auch schon ab in der Ecke aber noch beim letzten Mal schon uuuhha lass mich sagen bei dir kam doch aus der Geburtstag-Torte raus ich hab jemanden mitzunehmen hey 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 auf Mannu er hat sich bei mir in den Arm gekuschelt nur hast ihn weggestoßen wie traurig wie traurig forever alone und so nuuuhh sab bam okay bam Boah, sind die mega schnell, Alter. Was geht mit denen mittlerweile? Was ist mit denen mittlerweile los, dass die so schnell sind, ey? Ja, die Schwierigkeits-Quartos-Schwierig. Deswegen mal von der Pfalzleiter in der Kiste war. Klapflap, klapflapklapklapklap. Aber das war ganz gut, dass wir davor schon einmal hier gewesen sind, weil... Ziel der Feld. Haben wir nämlich Doppel geprobt. Anscheinend ist es immer nur so, was mit anderen Geschichten verbunden ist. Oh, plus 2 Nachbarn. Ja, so kommt es mir auf jeden Fall vor, denn das haben wir auch beim letzten Mal gemacht. Schette. Plus 2 Schaden, oh. Ui bis zwei Schaden und das ist bisher zwei Schaden dann aus Kompakt Schlamm-Laser das lassen wir auf jeden Fall ist es sehr praktisch das mit Scheiße gemacht Nö ein Knapp der Nö aber erst mal eine Werkbank das ist ganz praktisch ich auch und ich kann gucken was dieser Flammel er so ist erst mal plus zwei Schaden das ist erst mal das must have also das ist schon mal das übelste das wird einfach mal bombastisch gelb angezeigt anscheinend ist der Flammel er so eine Spitze? keine Ahnung damit ist der Schaden jetzt bei mir voll ausgeholt ja Flammel oder so hat dann noch was das ja das ist ne Erweiterung sie modifiziert Projektiere dass sie die gegen Feuer schaden verursachen ja ist doch hört sich ja gut an dafür dass ich die Erweiterung einsteigt habe bekommt die dann dabei ne hm what the fuck das geht so rum eh Flammel also macht Feuerschaden also geringe Feuerschaden dann brennen die zum diesmal ein bisschen so was ein Upgrade dann Schaden hinzuführen plus zwei Schaden es leuchtet echt gelb ne wunderbar dann kommt hier unten der Schadenfeuerwarte hin ja das ist auf du bist was bin ich? also oh bling 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 du hast droht dann bei dem das hat ich hier nur da zeugnimmst guck mal ins Inventar rein wie sieht das aus dann natürlich schon mal so jetzt ist bei mir aber erstmal voll ausgebeult Schaden von meinen Karabiner ist voll und da hast du ne bei mir ist noch